Alarm 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 Schön dass ich mal wieder was zeigte und willkommen zurück bei BOLAINS Mit ein bisschen ausgesetzt zur Zeit natürlich schon lange nicht mehr aufgenommen War ein bisschen in schlecht Ausnahmestimmung Abwehr kommen wir sehen wir wieder auf Und wir sterben wie die Vollidioten Ja genau Zeit zu sterben Und wir müssen natürlich erst wieder mal ein bisschen ins Spiel reinkommen Alter Schwede geht hier die Post ab I need more firepower So was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ja genau wir haben diese Drei Stationen irgendwie aktiviert Und jetzt müssen wir den Computer glaube ich wieder einschalten Stimmt, Eco-Kommunikationszentrale Das waren die Relais irgendwie Noch einer von wo kommt der jetzt? I have no fucking clue Ich weiß nur dass ich jetzt gestorben bin Alter Die sind C wie Scheiße C wie Scheiße Jep Nein Komm Sterb doch mal Ah danke Vielen Dank Für das Sterben Hä wo bin ich jetzt? Vielen Dank wie lieb von euch Ich hoffe dass ihr immer wieder hier verreckt Kling 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 Hä wo bist du? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung Hä? Ich bin bei hier bei einem Geschütz Wieso auch immer Du bist im Hauptraum Ah Wo wir eigentlich von der Hauptzeit Hauptzeit mal reingekommen sind Ah Wo sind mich denn hier? Nein lass uns schon mal Hauptsache der scheiß Gettel Geschützturm macht mich voll fertig Ach stimmt Ich hab dich heftig geschrubt sind Da hab ich ja auch bemerkt Hmmm Ja Okay Ah hier sind die ganzen Verdammt Ich habe keine Orientierung hier I'm here I'm here I'm here the hall Ey eine Kiste Huh Haben wir eine für sie? Keine Ahnung Ja okay Aufgehen tun sie sowieso immer Ist ja wie Weihnachten Ist ja wie Weihnachten Nein danke Ist nämlich alles schon Dreck wert Feuchter Dreck Alle schreien nur rum A catches Todesquan Das war keine keine Aufforderung für dich um zu schreien Äh wo riezt du denn durch? Oh Gott Diese scheiß Splaskel Halt mich mal bitte Ähh wo bist du? セin rechts von dir Hallo Und dann leg der das so Voll langsam nach Ich geh jetzt hier unten durch, whatever Ja, ich komme Hier sind überall Leute, what the fuck Das war meine Schrotwünfe Oh shit, das war schlecht Oh, Lago Mio Hier ist ein Lüftungsschacht Was ist hier? Lüftungsschacht Aha, stimmt Ein coming from, oh, kriegst du den? Ja Neue Stärke, juhu Ich komme von behind und du bist schon dann vorbei Aber wieso sind wir denn hier? Wir müssen zu dieser Konsole Du bist jetzt genau, ja, das sind wir richtig Aber wieso sind wir hier gespawnt? Keine Ahnung Verwild Da gibt es keinen Checkpoint Ah, geschafft, das ECO-Netzwerk wurde reaktiviert Mh Finde Stil Commander Stil Commander Stile Ne, Stile heißt sie ja Stile Sie hat Stile gesagt Sagt sie Stil? Ne, dann sagt sie selber Stile I'm Commander Stile From Atlaston From Russia From Sowjet Wir in Sowjet Russia Kannst du mich jetzt bitte heilen? Ich bin ja dabei, aber der lädt nach der Trottel Overexcited woman Bildschirmfehler, bitte Overexcited Bildschirmfehler Los, wir müssen zur Kamera Los Äh, sind wir da richtig? Ja Ja Ich hoffe es Ich hab keinen Bock hier noch weiter rumzukriegen Los, in die Kammer In die Kammer Gibt's mir in die Kammer Gibt's mir in die Kammer Oh, what? Oh shit Das klingt so falsch Hell, holy fuck, Mori Oh yeah, gib's mir in die Kammer Äh, müssen wir hier gerade aus, oder? Äh, wir können auch hier durch Bist sicher? Ja 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 Da sind wir dann nicht durch Ja Was, da sind wir schon durch Ja, ja, aber es gibt noch einen anderen Weg Also unten geht's dann noch weiter nach links, wenn's mich nicht ganz täuscht Wir müssen zu dieser Kammer Wo wir da arbeiten wollen Da wartet die Stile schon auf uns Ja La 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 Schön, dass ich jetzt einfach irgendeine beschissene Pistole in die Hand genommen habe Ah, I like that Ah, der Ladevorgang von dieser Schrubflin ist zu kotzen Nein, deswegen, ich lade nie nach, Mori Ich lade nie nach, ich weckste nur abwachen Zeit zu sterben Zeit zu sterben Nein, ich will doch keine Pistole benutzen Nein, ich will doch keine Pistole benutzen Hahaha Oh, Karren Ja stimmt, da können wir endlich wieder Fahrzeuge nehmen Oh, finally Finally Final fucking E I'm in, I'm in So, da waren wir auch nicht so oft Okay, da fahren wir auch nur durch eigentlich, das passt Da ist ja auch nix, oder? Warte mal Außer Wir haben natürlich nie nachgeschaut, da wegen die da hinten mal ne Kiste sein könnte Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht Wer weiß Man kann aber nicht wissen Ja, runterspringen würde ich nicht, aber hinter dir zum Beispiel So in den Ecken Ne, da ist wohl nix da Fahr 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 Fahr, mein Freund Fahr Wir müssen viele finden Ähm, Commander Stile from Sowjetrasia Und wir müssen speichern Und ich will reisen, aber es geht nicht Jetzt Ah, das ECO Netzwerk funktioniert Ich schätze, das verdanken wir dir Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen Partner Partner Das Lustige ist, wir konnten das Handelsnetz schon immer benutzen Ja, das war ja nicht unterbrochen Äh, wie war das schon wieder? Irgendwie... Außenrum? Ja genau, außenrum Und was? Es gibt nen Turbo TURBO In die Wand Nein Bildschirmfehler Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben Haben wir nicht noch ne Side Mission? Ne eigentlich So, hm Wir haben noch was zu erleben Kannst du schnell warten, bitte? So, hier Hä, was ist das denn? Äh, rechts ist die Arena Ah, ja, Moxie Ne, nicht Moxie Gar nicht Moxie Welche Arena? Ne, hier sind die Äh, die PvP Arena Ah Ne, hier sind wir falsch Das ist auf der anderen Seite vom Berg Irgendwie, wie auf der anderen Seite vom Berg Irgendwie, wie auf der anderen Seite vom Berg Ich, ich mach mal die Map auf Mach das Ne Ja, hier Das ist so ne Ecke Und dann plötzlich Ich weiß gar nicht mehr Irgendwas war da Irgendwie ist es noch nicht offen Und dann geht sie auf Und dann weiß ich auch nicht Ah ok Oder, ja hier, genau Unsichtbare Wand Yay Wolltest du mich nicht aus dem Auto rausschlagen Ah, das ist ja eigentlich schön gewesen wieder mal Darum hast du das gemacht Genau Speicherpunkt aktivierend Äh, ich sollte Was denn? Ich hab hier ne Pistole drin, die ich wieder rauswerfen sollte Time to die Bitch Brennen sollen sie Oh yeah, fuck yeah Oh, das sind ja Stimmte Das ist so ein arschgroßes Gebiet irgendwie Ein arschgroßes Gebiet Arsch Arsch Huck, huck Ich spring voll gerne rum Und Firepower I have firepower I have firepower Ja, ihr nervt so Ich sterb Immer dann Immer haben wir gestürzt Wenn ich Auslösung die Stuttwünfte in die Hand Hehehehe Du musst drei Jahre nachladen Ja Klassik Hehehe Dann sterbensbeschrei war jetzt auch so lustig Hehehe Hehehe That's How I sound like when I die Hehehe Das hört sich an den Stämmen da Gnu 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 Hehehe Hehehe Wie kommst du auf Gnu? Einfach nur so Einfach nur so Okay Ich hasste deinen scheiß geschützt Du Pissnäck Hehehe Das hast du auch im Borderlands 2 Let's Play immer zu mir gesagt Hehehehe Wieso? Weil mein Weil mein Weil mein Weil mein Weil mein Geschützturm immer alle getötet hat Alles getötet hat Sind wir hier richtig? Wie? Äh ja Wir haben jetzt hier Hast du eine Kiste aufgemacht? Ne Hier Ich hab keine gesehen Why? Ah hier runter müssen wir Ja genau Aber wir können bisher hinten halten Unnötigerweise Was? Wir konnten bis hier hinten Aber ich glaub es war auch eine Truhe irgendwo Ich hab Irgendwo war eine Truhe aber es jetzt Ich kann mich nicht mehr dran erinnern Höh Ja ich finde es schön wenn hier so unsichtbare Wände sind so Und dann stört sich natürlich runter Nein Und verliert die Hälfte von meinem Geld Was sehr schön ist Die Hälfte? Nein Ah ne nicht die Hälfte Stimmt Hä wo? Die Zeit ist so gut wie abgelaufen Du musst unbedingt zur Kammer Haben wir noch eine Nebenmission? Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben In diesem Leben Okay dann halt im nächsten Wenn wir wieder bei der New You Station wieder auferstehen Ja genau Ah hier hat's ne Oh mein Gott fuck you Stimmt da gibt's die Tour die dann Knallharter Wächter Einfach ne Energiewaffe zücken und dann ist alles gut Hey Kommt noch ein Schuss und der ist down Yes Ich hab den noch keinen einzigen Schaden gemacht Das ist den da oben? Ne dem Ding hier unten Ah das ist der Knallharte Ah Ja das ist der Knallharte Das ist der also Hallo freut mich deine Bekanntschaft zu machen Komm jetzt musst du nur ein paar Mal Hast du den auch keinen Schaden Doch Äh wenn du mich wiederbelebst dann äh Würde ich schieß auf ihn Nein Ich seh nicht Neben dir her Ah mein Das ist immer so eine Sache wenn man im Sterben liegt Man sieht nie die Gegner Oh Oh Gott ey ich muss unbedingt Au Boa geht doch Insa Ohoogogogogogogogog Macht einfach viel schaden Willst du den mal nehmen? Ne Es sind trotzdem genommen, ähm, Oh, Team, oh, 20% Team Schaden? 20, ich hatte einen 30% Team Schaden. Ah, okay. Glaube ich. Exklusiv Regen, oh. Nimm die mal mit. Okay. Ich bräuchte ein bestes Ding. Hat es hier Shops? Äh, nicht hier direkt. Ich glaube, später kommen noch welche. Nach diesem Gebiet. Jetzt müssen wir aufpassen, wie wir runterfallen. Denn hier irgendwo gibt's eine Kiste, die man holen kann. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Äh... And it's gone. Ah, ich hab eine. Stimmt. Und hier war noch eine, wenn's mich nicht täuscht. Ein schlechtes SMG und noch ein schlechteres SMG. Was hier? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich guck mal schnell auf der anderen Seite nach. Die Gamma. Jetzt sind wir auf dieser Gamma. Oh, hallo. Sierra? Was ist ein Sierra? Sierra. Nee. Da, da. Da ist noch eine Kiste, genau. Sierra Madre Wächte. Hui. Oh. Hui. Küstchen. Küstchen. Mal sehen, was hier drin schönes ist. Nee. Nee. Ich sterb gleich. Woah. 65% Shotgun-Feuerrate. Oh, shit. Plus neun Shotgun-Regeneriert-Munition. Krass. Wie übel. Geil. So, ich komme. Hast du ihn voll aktiviert, oder was? Äh, jetzt noch nicht. Aber ich glaub, ich mach den. Okay, ich hab nicht genug Schrubchen. Ich komme, wart auf mich. Wir können die Action nicht ohne mich. Ich muss leider. Okay. Und dabei drauf gehen. Alter, diese Laserwächter. Time to die. Laserwächter. Aktiviert. Aktiviert. Super Laserkräfte. What? Ja. Oh, mein Gott. Ey, es gibt's echt gar nicht. I'm coming to you. Into you. Ja, komm in mich rein. Schön, dass ich dem Typen keinen einzigen Schaden mache. Das freut mich voll. Sie sind geheilt. Cool, dass ich meinen Geschützten so schön werfe. Immer wieder eine schöne Sache. Jetzt diese Dreckswächter, sondern doch mal... Böne kann. Ja, super, mit der Schrubflüge, die keine Genauigkeit hat. Ich, ich versuch nicht. Ich hoffe, hier kommt noch mal ein Ding. Dann spiel ich mich noch mal an. Dann prügel ich den Wächter zu Tode. Welchen Wächter, müsstest du jetzt fragen? Welchen Wächter? Ich weiß nicht, welchen Wächter. Diese Aliens sind so. Und die willst du zum Tode prüfen, obwohl sie fliegen. Ja, auf jeden Fall besser, als wenn ich sie gar nicht hätte mit dem Raketenwerfer, glaube ich. Vielleicht hätte ich mal auch auf was anderes gesetzt, als nur Raketenwerfer. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So wenigstens so eine kleine Alternative. Ade, du hast hier ein Problem mit dem Typen da. Ja. So, schon schildes Daum. Mach ihn fertig. Das hilft mir ja nicht. Ich hab ja einen Glitz-Scheiß-Teil. Ich komme. Ist fast tot. Er ist zu schnell, wo ist er? Er stöhnt rum. Bei mir hat er richtig krass rumgespielt. Wo geht's weiter noch? Da oben ist ein... Winke, winke. Stimmt, ich bekämpfe mir auch die Wächter. Was für ein Massen... Massenmassaker? Das ist die Massenmassaker. Schön, wie mein Blur ist nicht eingeschaltet, habe ich sehe gar nichts. Guck mal. Wie sagst du ein Blur? Keine Ahnung. Guck mal. Hier ist eine Türe aufgegangen. Ja. Stimmt, und dann können wir weiter im Prinzip. Ich bräuchte Hilfe. I'm on the way. On the way like a Uzi on the way. Oh, nee. Ach ja. Es ist schön, mit einem Raketenwerfer hier zu kämpfen. Hm. Hm, schön. Das hat mich letztes Mal auch schon so angekotzt, ey. Das war das Problem. Ja. Aber ich glaube, gegen den Endboss, dann soll das keiner mit Problemen mehr haben. Ja. Ich lebe noch kurz nach, so kurz. Ja, mach das. La la la. Jetzt komm her! Genau das will. Komm schon! Und da! Yes! Doei. Hier ist ganz viele Kisten, die wir gesehen haben, irgendwie. Ja, ich wollte sowieso noch nicht weiter. Ich wollte die da oben noch fertig machen. Ah, echt? Wir sehen einen einzelnen... Eigentlich, ja, das ist eigentlich meine Devise hier. Alles kaputt machen. Nee, nee. Eigentlich. Das hat wirklich Interessantes. Ja. Aber aufmachen. Es schaut nie. Okay, wir können schon weiter. Ich hab' mich aufgelaufen. Level ab! Level 35? Okay, ich geh' auch bald. Noch ein-, zweimal töten und dann bin ich auch so weit. Ich hab' ich, äh, ne, ne Automaten hier unten gesehen. Aber ich hab' mich getäuscht. Also nach, äh, nach dieser Tür, nach der nächsten Tür, können wir dann an einen Automaten ran. Okay. Out tomato! Juhu! Nicht runterfallen. Und hier schneit es! Steh! 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 Steh auf dem Vulkanrabe! Special Weg! Oh, Special! Und jetzt stirbst du oder was? Ja, ja, ich hab' auch grad in dem Moment gedacht... Ja, ich bin eingeklemmt. Kein Problem, wir können reisen. Nee, das geht im Borderlands fast gar nicht. Schappen, Schappen, Schappen! Hat's hier auch... Oh, sagt Neni. Schön, wie es die Texturen lädt. Äh... What?! Das hier... Den hatte ich auch mal mit Mordecai. Krass. Das war echt geil. 32... Wie viel Prozent Nahkampfschaden hat? Team Nahkampfschaden, 32 Prozent sogar. Nein, das ist scheiße. Na ja, ich glaub' es ist Zeit für... Kein Berserker! Oder Kiemschaden. Heimzahlen, Abgehärtet und Revanche-Skill. Welches ist der Revanche-Skill? Ah, bist du wieder am neuen Skill? Like ever! Like ever! Ähm... Really? Really? Are you fucking kidding me?! We're just shoppin' over here! Hehehehe! 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 Der war gut, Mogi! Hehehehe! Hehehehe! Lass uns mal endlich shoppen! Hehehehe! Fick diiiich! Fick diiiich! Hehehehe! 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 Ich hab' jetzt was mit Team drin, oder? Ja, ich hab' jetzt was mit Team drin die ganze Zeit gehabt! Okay! In Team? In Team! Waaah! Äh, willst du die? Die hat halt nur ein 2er Magazin! Äh, dropp die einfach mal. Okay! Der Rest ist Schrott! Schrout! Neoooo! Go Schrout! Oh ne, wo ist mein heftiger Meine heftigen Classmods Habe ich wahrscheinlich aus Versehen verkauft Dann kannst du jetzt zurückkaufen Ich hoffe es war noch in dieser Runde Uh, beinahe hätte ich meine Raketenmeerfangefangen zu verkaufen Das ist auch nicht schlau, ne? Äh, ja Ich hoffe es war in dieser Runde Okay Ich habe den heftigen nicht mehr, ich habe nur noch den mit der Schrotflinte Das ist Klein wenig, kacke Kacke Ich drücke die ganze Zeit Start Ja, keine Ahnung, passiert mir auch immer wieder Start oder Kreis Hä, was hatte ich da für ein schlechtes Dings drin? Ah, Gesundheitsboost Ähm Tough God Okay, dann lasse ich wohl den Mod drin Habe ich? Glaube ich Welchen Mod? Ja, der Team Mod Der Team Mod, Titan Team Team Ähm, aber bevor wir hier weitergehen und du dich voll rein stürmst Äh, werden wir diese Folge Jo Mit shoppen Shoppen Jo Und sehen uns den nächsten hier bei Borderlands Und bis zum nächsten Mal Tschüss 峨 Läu 1 1 8